Poker ist in aller Munde, natürlich auch in meinem, vor allem aber hier im Montessino Pokertainment Center im Gasometer, natürlich im wunderschönen Wien. Und weil ich unseren Sport so liebe und ihr das hoffentlich auch tut, habe ich mir jetzt schon mein Ticket in Höhe von 340 Euro gesichert für das große Warm-up, bei dem es 200 unglaubliche 1000 Euro garantiert gibt. Und ich bin sicher, alles was Rang und Namen hat, wird hier sein. Und wenn du das auch willst, wenn du aufsteigen willst zum großen Poker Pro, wenn du wunderbare vier Tage hier leben willst, vom 4. bis zum 8. April solltest du das auch tun. Wie du an dein Ticket kommst, das erfährst du auf www.montessino.at. In diesem Sinne, wir sehen uns dort, wenn nicht, viel Glück weiterhin beim Online-Grinden oder bei den Dorfturnieren. Sei hier, 4. bis 8. April, euer Jens, bye bye, ciao, I love Poker, baby!